Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich mache jetzt ein gesundes Frühstück. Und zwar brauche ich dafür Orangen, rote Beete, Möhren, zwei Zitronen und eine Gurke. Zuerst werde ich das alles schälen. Hier steht natürlich ganz viel Bio jetzt. So, schau, dass wir keine Kaninchen haben oder so, das könnten sie ja echt gut essen. Ash bekommt heute Schlafbesuch, heute Abend von seinem besten Freund. Dann werden die bestimmt viel Spaß haben, machen die Übernachtungsparty hier. Wollen wir ein bisschen einkaufen. Wollt ihr runterkommen? Moisi, bis du runterkommst? Ja, dann komm. Ich werde gleich mal was ganz leckeres für uns hier machen zum Frühstück. Auch rote Beete. Auch rote Beete, die ist auch mit dabei. Ja, die du ja so gerne magst. Ich mag Möhren, Orangen, Gurken, Zitronen, ja, Sauerhaber. Wo ist Max eigentlich? Schläft er noch, oder? Ähm, ja. Schlafmütze, ne? Spannend, wie viel Sack da jetzt rauskommt. Spannend, wie viel Sack da rauskommt. Wir fangen einmal mit den Gurken hier an. Willst du hier reinnehmen? Ja. 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 Was musst du jetzt dann nehmen? Ja. Ja, Möhren. Möhren? Ja, mach mal. Das macht echt Spaß. Cool, ne? Und so schnell geht das, ne? So fisch und fängst du besser. Das ist ja richtig cool. Oder der Orange? Oder die Grün, ja. Super. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Und das war die Petrone. Also, das ist dann besser für zwei, drei Stunden hier. Kann ich hier im Sieb da reden? Ja? Kann ich hier im Sieb da reden? Nee. Achso, das ist der Herd. Okay, dann mach ich mal weiter. Oho! Die Augen wird es hier mit der Kamera immer aufnehmen. Ah! Bist du raus? Warte mal, ich muss da einmal... Mama? Ja? Kann ich mir auch gleich noch was für Milch machen? Komm, wir haben keine Äpfel. Wir haben keine Äpfel. Wir müssen Äpfel holen. So. Komm, das geht schon super gut weg. Ja, ich weiß. Muss man gar nicht drücken, ne? Aber die ganzen Orangen fohle ich nochmal rein. Komm. Weißt du was? Das sieht schon toll aus. Ah, okay. Okay, jetzt nochmal. Ich mach dann ein paar mehr gleich mal. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig, kleine oder so zu wenig. Oh! Oh! Oh, geht ja nicht so leicht, ne? Die war schwer, weil die ein bisschen härter ist. Das ist der Rest, oder? Komm, guck mir. Das ist der Rest. Das ist wirklich warm. Ja. Mach mal. Mach rein. Oh! Das ist natürlich alles rot. Da hättest du einfach nochmal Orangisch dazu? Ja. Muss ja mal gucken, dass wir eigentlich nochmal einen zweiten Messbecher darunter stellen, bevor er uns hier überläuft. Und wir hier echt eine Beschwemmung haben. Da kommt schon keine Überstimmung. Hm? Da kommt der Geltner nur noch eine gute Geltung. Ja. Ja, da kommt keine Überstimmung. Die sind ja fertig. Die hüpft da unten rum. Guck mal, die hüpft. Fertig. Das wird voll. Mal ganz kurz ausschalten. Und dann stellen wir mal bitte noch ein Moment nach hinten drauf. Bevor es passiert. Guck mal. Oh, oh. So, pass mal auf. Halt mal kurz die Kamera. Ich will mal ganz kurz das Gerät einfach mal kippen. So. So sieht das aus. Guck mal. Eine Seite so, die andere Seite in rot. Ich glaube, wir müssen das mal vermischen. Ja, das machen wir auch gleich. Wir wollen aber noch mal den Rest kurz auspressen. Oh, jetzt ist nichts mehr da. Aber gucken wir, ob da noch mehr drin ist jetzt. Vielleicht kommt der noch mehr. So. So. Wie mischst du das jetzt? Ja. Ja. Jungs. Hast du noch eine? Ja. Und wir haben 20 Früchte. Nein. Ja, wir haben aber... Das war ja keine richtige Challenge. Wir haben so viele geschrieben, dass das keine richtige Challenge war. Ne, war es auch nicht. Genau. Genau. Das war ja nur ein... Ein Mixen. Genau. Smoozie Mixen. War trotzdem gut. Komm. So. Wer möchte denn als Erster? Bitte. Nichts. Papa. Da ist jemand nicht so begeistert. So. Guck mal, genau für alle vier. Das haben wir aber gut abgemessen, oder? Das ist unser Frühstück jetzt. Mehr gibt's nicht. Keine Brötchen. Skol. Ja. Probiert mal. Also ich hab die Mechstrunken, ne? Schmeckt gut. Mh, lecker. Und du? Er schmeckt es nicht. Eigentlich mag ich nur die rote Brötchen nicht. Aber die ist so gesund. Hättet ihr auch Raps lassen können bei ihr. Boah. Boah. Man kann sie auch anstellen, ne? Davon kannst du nichts essen. Das brauchen wir noch alles. Und? Schmeckt dir das gut? Mhm. Auf was hattest du denn die Einstellung hier auf? Auf eins. Auf eins sind wenig Ballaststoffe da drin. Und das andere da? Was machen wir da mit dem Tresta? Das andere ist so ein Matsch-gematsch. Tresta heißt das? Schon. Ja. Müssen wir mal gucken. Man kann das auch für alles mögliche nehmen. Also wir hatten, Harri schon mal erzählt, Bratlinge gebraten damit. Also kleine Frigadellen gemacht, nur Gemüsefrigadellen. Man kann aber auch das einfach mit entweder Quark oder Frischkäse als Brotaufstrich machen. Das geht auch. Das ist auch super lecker und super gesund. So auslöffeln. Oder auch so Löffeln. Also man muss es ja nicht wegschmeißen. Papa, können wir die Gläser tauschen? Nein. Das ist okay. Das ist nur eins. So, wir wollen jetzt aber auch dann... Papa. Skolp. Also es gibt gleich nochmal ein richtiges Frühstück für uns alle, ne? Mhm. Das ist die Vorspeise jetzt, ja. Ja, für dich ja nicht. Du isst ja nicht viel. Du isst ja nur einen Apfel. Also die Vorspeise muss auch rausgetrunken werden, ne? Genau. Dann gibt es richtiges Frühstück. Voll Diabresse, ja. Ja. So, das war's dann auch mit meinem Video. Ich hab's dadurch gefallen. Du merkst du schon fertig. Du merkst du schon fertig. Du merkst du schon fertig. Wer weiß, was gut ist, ne? Guck mal, ich trink das gleich. Ich konnte jetzt nicht, weil ich so viel gesprochen habe. Du bist auch ein bisschen müde. Ja, ich bin müde. Du warst auch nicht. Du warst gestern später im Bett. Das ist wir, ne? Ja. Ich konnte es auch nicht, weil ich so viel gesprochen habe. Du hast auch so viel geschmackt, ne? Ja. Wir können mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.